Moin moin liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Age of Empires 4. Mein Gott, was war das für eine Mission in der letzten Folge? Die Verteidigung von Paris, ja eine Hektik pur und an allen Fronten wurde gekämpft, wir mussten Paris verteidigen und haben es gerade so eben hingekriegt, am schlimmsten waren die Treebox fand ich und halt die Belagerungstürme, weil die natürlich die Truppen auf den Mauern ausgesetzt haben und dort standen größtenteils Bogenschützen, beziehungsweise die, ich glaube Spezialeinheit von den Franzosen ist das Arab Ballastier oder sowas, nennen die sich, ich habe es gerade nicht genau zusammen, aber ja, wir haben es mit Hängen und Würgen auf jeden Fall geschafft und ich muss sagen, das war eine der Chiriks Mission bisher. Gut, dann schauen wir mal weiter. 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 So in die Enge getrieben, mussten die Streitkräfte des Dauphins die Kontrolle über ihr eigenes Land zurückgewinnen. Frankreich im Chaos, 1358 bis 1370. 1364 bestieg der Dauphine den Thron und wurde zu König Karl V. von Frankreich. Konfrontiert mit der Bedrohung durch Bauern, Söldnern und Invasoren bestand seine erste Machtprobe darin, in einem Reich, in dem Chaos fählte, wieder Ordnung herzustellen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, dann schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, dann schauen wir mal weiter. Auf die französische Krone Karl von Navara. Schlagen sie den Bauernaufstand nieder. Die französische Armee begann mit der Rückeroberung der von aufständischen beherrschten Dörfer Cocherelle, Jouy und Croissy. Ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir unsere Gebäude reparieren, weil die alle brennen und deswegen müssen wir die schnellstmöglich natürlich reparieren und das Feuer löschen. So, hier können wir den Palisaden, weil vielleicht nochmal zu bauen, ich weiß nicht, ob das hier jetzt hier geschlossen ist. Schauen wir mal. Ja, Nahrung brauchen wir auf jeden Fall, das ist wichtig. Aufwählung zur Tropen Einheit. Jo, das brauchen wir auch. Oh, da ist noch ein brennender Turm. Die versuchen wir natürlich auch noch zu retten. So, hier können wir Holz abbauen. Ja, dann kümmern wir uns mal um die. Na, ich würde das hier ganz klein reparieren, so. Okay, zumindest sind sie nicht durchgebrochen. Die französischen Streitkräfte wehrten den Angriff der Brabantzonen ab, doch noch immer zogen viele ihresgleichen auf der Suche nach Proviant und Reichtümern durch das Umland. Die Brabantzonen verlangten eine Zahlung der Franzosen, wenn sie ihre grausamen Raubzüge unterlassen sollten. Puh, schwierig, ne? Zahlen sie Tribut, um die Angriffe der englischen Brabantzonen zu stoppen. Entschuldigt. Äh, zerstören sie das Lager der englischen Brabantzonen. Ja, jetzt haben wir natürlich die Wahl. Ähm, leisten können wir uns das, glaube ich, erstmal noch gar nicht. Deswegen werden wir jetzt erstmal nicht zahlen. So eine Goldader haben wir ja auch nicht so wirklich. Ja, wir müssten gleich erstmal ein paar Soldaten auf jeden Fall irgendwie ausbauen. Dazu fehlt uns allerdings auch das Holz. Er probt der Sperrkampfer. 1, 2. Na gut, Leute, dann helf mal Holzhacken. Viel hilft viel. Ich mach eh alle rumstehen. So, Häuser brauchen wir auch bald. Da will ich dir nochmal ein paar bauen. Und da kommt schon wieder der nächste Angriff. Ja, die gehen aber ziemlich schnell down hier. Was ist da denn los? Wir haben halt auch keinen Stein. Nützlich wäre jetzt hier vielleicht ein Marktplatz. Den wir natürlich nicht bauen können. Aber eine Schmiede können wir bauen. Ja. Vielleicht ein paar Sperr mal los schicken. Ja. Vielleicht ein paar Sperr mal los schicken. Vielleicht ein paar Sperr mal los schicken. Dann schauen wir mal, wo die hierher kommen, die Brabanzonen. Wir haben ein paar Wölfe. Wir haben ein paar Wölfe. Vielleicht kriegen wir die Kisten auch ohne, dass wir die Wölfe töten müssen. Und hier ist das Brabanzonen-Lager. Okay, Leute. Wir haben zumindest ein bisschen Gold geholt. Das geben wir auch zugleich wieder aus. Ja, ich glaube da unten ist nichts mehr. Nehmen wir mal hier rüber. So, um uns den Brabanzonen ein bisschen zu entwehren. Wollen wir hier mal so einen defensiven, eine defensive Schießscharte rein. Oh, da kommt schon der nächste Angriff, Leute. Ja, kommt doch. Ja, tötet die armen Schafe. Ja, bau zu dem Pass. Ja, tötet die Abahnen. Ja, tötet. Ja, tötet die Barbe. Fäde die Musik. Bähne Musik. Ja, tötet die Gäste. Ja, tötet die Schloss. also die mauern und türme die halten wirklich nichts aus hier für die nun haben oder nicht hier geht schon das gegnerische gebiet auch wieder los keine sorge ich tue ich nix nur ein bisschen gucken hier vielleicht finden wir noch kisten mit rohstoffen also kein stein kein gold da haben wir noch mal was auch wieder von wölfen gesichert wir sind unsere stärksten gegner ich würde gerne unsere ok brauchen wir nur zeit dafür was können wir denn hier noch erforschen eine schmiede vielleicht war es das werden wir vielleicht irgendwann brauchen das ist unser ball auch schon gefallen momentan verteidigen wir uns immer nur wir müssen auch erst mal fuß fassen jetzt können wir hier in den türmen halt noch ein paar bogenschützen platzieren arco parat arco parat paraté arker parat pour laborar bado laborar so vielleicht sollte man auch gleich noch eine zweite mühle aufbauen immer so ein bisschen nahrungsknappheit hier so ist ja alles heil jetzt wieder ja sehr schön aus werden wir garante parat been effect garma oder vet der er parat und da fehlt auch noch einer so jetzt haben wir zumindest unsere türme schon mal besetzt ob das nachher was bringt das sei mal dahingestellt aber da kommen sie schon wieder zumindest ein bisschen was und selbst die 12 also wenn wir wirklich nur so bauernkräfte normale bogenschützen alle sperrträger vielleicht können wir gleich mal ein angriff war wagen wenn wir hier ein bisschen besser noch aufgestellt sind das würde ich aber sagen schauen uns in der nächsten folge mal alles klar leute dann schaltet wieder ein würde mich freuen bis dahin